Der Karlsruhe SC präsentiert Wildpark TV. Powered bei Baden TV. Ja, wir haben etwas Zeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Ich glaube, die ersten 20 Minuten gingen ganz klar in Sandhausen. Dann haben wir ein bisschen besser reingefunden, war glaube ich dann ein ausgeglichenes Spiel. In der zweiten Halbzeit konnten wir ein bisschen mehr Druck machen, haben so halbe Angriffe über die rechte Seite drei, viermal durchgebrochen, ohne aber den letzten Ball wirklich auch anzubringen. Wir haben nicht richtig zu unserer Linie gefunden, man muss aber auch Sandhausen Kompliment aussprechen, haben uns das Leben sehr schwer gemacht, nicht nur gut verteidigt, sondern auch gut gespielt, sodass es insgesamt, glaube ich, ein ausgeglichenes Spiel war, wo wenig Torraumszenen aus dem Spiel raus waren und von daher geht das ohne Schienen, denke ich, auch in Ordnung. Danke sehr. Der Karlsruhe SC präsentiert Wildpark TV. Powered bei Baden TV.